Ich erinnere mich, als ich bei den Green Berets war. Wir gingen in ein Lager, um einige Kinder zu impfen. Und wir verließen das Lager. Nachdem wir die Kinder gegen Polio geimpft hatten, da kam ein alter Mann hinter uns hergelaufen und er weinte. Er konnte nichts sagen. Wir gingen in das Lager zurück. Sie waren inzwischen gekommen und hatten jeden geimpften Arm einfach abgehackt. Sie lagen auf einem Haufen. Es war ein Haufen kleiner Arme. Und ich erinnere mich, wie ich schrie, ich weinte, wie ein altes Waschbein. Und ich wollte mir die Zähne herausreißen. Ich wusste nicht mehr, was ich tun wollte. Und ich will mich daran erinnern. Ich will es niemals vergessen. Ich will niemals vergessen. Ich will es 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 niemals vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das Grauen hat ein Gesicht und man muss sich das Grauen zum Freunden machen. Das Grauen und der moralische Terror sind deine Freunde. Das Grauen hat ein Gesicht und man muss sich das Grauen zum Freunden machen. Das Grauen hat ein Gesicht und man muss sich das Grauen zum Freunden machen. Das Grauen hat ein Gesicht und man muss sich das Grauen zum Freunden machen. Das Grauen hat ein Gesicht und man muss sich das Grauen zum Freunden machen. Das Grauen hat ein Gesicht und man muss sich das Grauen zum Freunden machen.